I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Mittwoch im September. Ihr seid hier bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine und dann wollen wir mal in die Mittwochsreihe heute mit dem Karten-Thema starten. Ihr seht hier das Stempel-Set voller Schönheit. Das ist der Gewinn, den ich unter allen Einsendungen von Karten zu den drei Challenges im September auslosen werde. Das ist das Stempel-Set voller Schönheit. Das ist ein ablösbares Stempel-Set, also Gummi. Noch im Jahreskatalog, also auch bestellbar. Und jetzt fangen wir mal an. Heute ist die Challenge ein Karten-Thema und ich habe mir bei der letzten Bestellung selbst auch nochmal ein Stempel-Set gegönnt. Eigentlich wollte ich es gar nicht, weil ich dachte, ach, der Sommer ist jetzt so schnell vorbei, was willst du dann noch mit dem ganzen Meeresgetier? Mir gefällt das aber so gut mit dem Seepferdchen, den Muscheln, also es musste bestellt werden. Und was lag da näher, mit dem Set auch die Karte für diese Woche zu werkeln? Das ist also diese Karte. Und wenn ihr sie seht, könnt ihr euch wahrscheinlich das Thema für die Kartenreihe diese Woche schon vorstellen. Die Ferien gehen fast zu Ende. Bei uns ist heute letzter Ferientag in NRW. Aber da geht trotzdem noch ein bisschen mit Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ob ihr da jetzt in unterschiedlichen Techniken arbeitet, mit welchen Motiven auch immer, es sollte halt nur zum Thema passen. Und die Karte schickt ihr dann an die unten eingeblendete Adresse. Nächste Woche, Mittwoch, werde ich dann unter allen Einsendungen aus dem September einen Gewinner ziehen. Und dabei sind natürlich auch noch die Einsendungen, die ich von Ilonka bekommen hatte. Von den Karten, die bei ihr im Laufe der Zeit angelaufen waren und noch nicht in einer Verlosung drin gewesen sind. So, also nochmal zum Gucken. Thema Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei der Verlosung. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.